so und ist dann stehen geblieben mit fortune zu treffen wir mussten hier hoch ok das haben wir ja schon gemacht sind wir nicht schon hier hoch gefahren haben uns mit denen hier gekloppt die haben wir doch gestern verhauen oder jetzt direkt ins gesicht wird nicht lange dauern ok wir kriegen auf jeden fall schild das haben wir auf jeden fall schon gehabt wir haben viel zu machen ok und mein gegner kriegt ein schild das kommt davon wenn ich habe das ich hätte auch ich hätte So, wir schlachten jetzt den da ab, weil der da stirbt sowieso gleich. Okay, ich muss mich heilen, so der ist weg. Okay, 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 heilung. Okay, 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 okay. Okay, aber ich habe die Toil, das ist gut. Okay, okay, okay. am Ende der Krippe Ich glaube wir müssen hier runter, oder? Ich muss auf jeden Fall hier alles looten was geht, ich will nicht dich looten, ich will die Steuerung ist ein bisschen komisch, ich sag euch wie es ist, der hat meine Fähigkeitspunkte vom Raum auch gar nicht genommen Was hatte ich denn da? Das sind die normalen Angriffe, die sind stärker Ja 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 Das ist das das ist das Was bedeutet Aber ihr haben alles, ne? Okay, wir treffen gleich auf Miss Fortune, Leute. Haben sie ja kurz gespielt am Anfang. Aber hier so ein Wiedertreff, da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Das liegt auf jeden Fall viel rum, ne? Ja, wir nehmen alles mit, was irgendwie geht. Auch wenn ihr wirklich mit jedem quatschen muss, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay, jetzt einfach quasi eine Nebenquest oder so, anscheinend. Unsere erste Nebenquest. Okay, ich muss da hin. Wir zahlen hier gar nichts. Warum sollen wir irgendwem irgendwas zahlen? Wir boxen den einfach kaputt. Wir wohnen mal. Und das ist ein bisschen lecker. Es geht nicht. Ich weiß es nicht. Und das ist nicht so, was wir tun, wenn wir dasobaubende. dann sollte ich mich hier vielleicht mal shielden er kriegt Angriffsstärke ist klar das hat viel zu wenig Heilung viel zu wenig Heilung jetzt ist er stark jetzt ist er stark was haben wir hier blablabla Neutralisierungstrank ich habe sogar Wiederbelebungstränke ok nimm das helft mir damit ich weiter kämpfen kann hier ist jetzt schon das dritte mal Gift das ist natürlich schlecht das ist natürlich schlecht neutralisierungsnegative Buffs wir müssen mehr mit den Trinken arbeiten hab dich im Auge schon strong ne aber nix gegen uns Nagakaburos lächelt so was haben wir hier uuuuh Tentakel Schlag was für ein Narr so halt Schaden das ist schon mal sehr cool ja das finde ich gut brauche nicht viel drüber nachdenken Heilung ist immer gut was gestalten eure Götter hier gibt es keine Berge keine Berge aber das Meer und überall in ihm hohe Berge und tiefe Täler alles in Bewegung das ist wahr ein würdiges zu hause das ist wahr ein würdiges zu hause ja kann ich nicht einfach eintreten hier ach schade ich denke ich dachte ich hab so ein das ist alles nicht so einfach Leute das ist alles nicht so einfach Leute so ich muss jetzt hier runter richtig also ich muss hier her dann runter und dann da hinten her so was wollen wir mit den kristallen und so machen können ist halt so eine Frage also die Steuerung dieses Klick and Ding Bums ist halt so eine Sache ist nicht so 100% geil dann kriegt da halt einer dann kriegt da halt einer Stentakel mal 2 wieso habe ich jetzt 2 bekommen mit dem so die die das wird die sind die 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 er ist mit den pentakel nicht schon böse darauf habe ich gewartet rein geht es nicht so gut so wir probieren ein paar kampfrechtlichen aus ich meine man muss ja immer ein bisschen rumexperimentieren hauptsache wir besiegen den gegner ist ja eigentlich egal wie oder so eine geschichte und wir haben jetzt waren die neben fest gemacht aber nicht schnell abgeben so